Das ist die grüne Stinkwanze. Und ja Leute, der Name ist Programm. Ich hab's getestet. Dennoch hat sie aber ein paar spezielle Eigenschaften. Willkommen zu Wirbellose Kennenlernen mit Verinsekt. Die grüne Stinkwanze zählt in Mitteleuropa zu den häufigsten Wanzenarten. Man kennt sie in dieser typischen hellgrünen Färbung. Aber im Herbst ändert sie ihre Farbe zu so einem Braunton, welches dann ihr Winterkleid ist. Die grüne Stinkwanze ist nicht weiter gefährlich, nur sondert sie bei Gefahr ein sehr übel riechendes Abwehrsekret ab, welches man auch noch nach mehrmaligem Händewaschen wahrnimmt. Also fasst sie am besten einfach nicht an. Hast du schon mal eine Stinkwanze gerochen? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Für mehr Wissen gerne folgen.